Willkommen auf der Leeloop Couch. Willkommen auf der Leeloop Couch. Hallo. Wie heisst du? Pascal Prosper. Gibt es einen aktuellen Track, den man von dir hören kann? Aktuell leider nicht. Ich bin schon längere Zeit dran am Album und verschiebe es die ganze Zeit. In welchem Bereich? Techno & House. Techno & House. Und das machst du schon seit einer Zeit? Ja, schon lange. Schon seit 1993. Ok. Also das ist auflegen oder produzieren? Auflegen. Du leistst auf? Ok. Und wie bist du zu Leeloop Couch? Ich kenne Leandro noch vom Plattenladen von früher. Also vorher das Leben schon gehabt. Ok. Und werden wir bei dem nächsten Mal etwas von dir hören? Ja, hoffe ich. Ja. Also ich bin eigentlich kurz vor dem Abschluss von etwa 12 Tracks. Also gibt es einen Mix nächstes von dir zu hören? Äh, das Album? Ja. Also Mix habe ich schon. Mixcloud, Soundcloud unter Pascal Prosper ist kein Problem. Aber eben eigene Songs. Der, was am Ende ist, ist nicht wirklich das Niveau, das ich jetzt habe. Gibt es so einen Namen von dem Album, wo du uns gerade bist? Äh. Oder bist du mir am Nachdenken? Also wird wahrscheinlich Segeflüster heissen. Aha. Ok. Segeflüster mit zwei E geschrieben oder Segeflüster wie Schaue? Nein. Mit zwei E. Weil ich von Baden sehen komme. Boom. Ok. Alles klar. Gut. Ja, danke vielmals für die Infos. Vielen Dank für den Raum.